Musik Eine absolute innere Stille sollte man beim Betrachten seiner Bilder in sich spüren. Das war das Ziel des Schweizer Malers Arnold Böcklin. Einer Auftraggeberin versprach er einmal, ihr Bild werde so still wirken, dass man erschrickt, wenn angeklopft wird. Musik Auch die Villa am Meer ist ein solches Bild der Stille. Böcklin meinte das Motiv insgesamt fünfmal und jede Version ist ein wenig anders. Alle haben sie jedoch diese melancholische Grundstimmung gemeinsam. Alle wirken sie rätselhaft. Die Villa, eigentlich ein Palast, aber die Fenster scheinen leer. Die Frau im Vordergrund, einsam, schwarz gekleidet. Die Bäume neigen sich zum Land hin, obwohl kein Wind geht. Musik Das Meer ist ruhig. Musik Böcklin führt uns nicht hinaus in die Welt, sondern in uns hinein. In unser innerstes Denken und Fühlen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020